Neue Haltestelle für die U3. Zwischen den Haltestellen Barmbek und Habichtstraße soll die neue Station Fuhlsbüttler Straße entstehen. Die Planungen dafür sind nun abgeschlossen. Durch die neue Haltestelle sollen rund 10.000 Hamburgerinnen und Hamburger an die U3 angeschlossen werden. Das Dach der Station soll begrünt werden und Photovoltaikanlagen sollen für die Stromversorgung der Haltestelle genutzt werden. Wie die Hochbahn bekannt gab, sollen die Bauarbeiten größtenteils während des laufenden Betriebs, also ohne U3-Unterbrechungen, stattfinden. Ende des Jahres muss nun aber zunächst das Planfeststellungsverfahren beginnen. 2029 soll die Haltestelle dann genutzt werden können. Für den Bau veranschlagt die Hochbahn 39 Millionen Euro.